Also, ihr müsst wissen, dass überhaupt die Teleskope Attrappen sind, meine Damen und Herren. Alles, was diese Leute da sehen, in diesen Rohren, das sind einfach mit Mikrochips so eingestellt, dass jeder von diesen elektromagnetischen bewegenden Objekten, was ich euch immer die ganze Zeit gezeigt habe, und Millionen von anderen Flacherdlern gezeigt haben, dass die Sterne elektromagnetisch sind. Alles klar, Giovanni. Clyde Tombaugh hatte also 1930 einen Mikrochip in seinem Teleskop. Rohren, das sind einfach mit Mikrochips. Und auch hier wurden Mikrochips verarbeitet, 100 Jahre bevor es sie offiziell gab. Rohren, das sind einfach mit Mikrochips von mir gefilmt, meine Damen und Herren, mit der GUL. So sehen also Profi-Aufnahmen von Pluto aus. Moment mal, sind in deiner Wahrheitskamera etwa keine Mikrochips? Der erste in den 1930 Jahren entdeckte Planet würde 2006 von einem der neuen Planeten unseres Sonnensystems zu einem Zwergsplaneten herabgestuft. Das ist korrekt. Dies erfolgte im Zuge der Neudefinition des Begriffs Planet durch die Internationale Astronomische Union am 24. August 2006. Viele Einwohner von Tombaugh's Heimatbundesstaat empfanden die Herabstufung als unfair, und so beschloss der Senat von Illinois, Pluto weiterhin als Planeten zu betrachten. Aber aufgepasst, Giovanni! Pluto wurde entdeckt, bevor der Hund von Mickey Mouse von Rover in Pluto umbenannt wurde. Ta mal tagsüber, meine GUL. Na, ich hab'tどう la 맛있는! So, was hier rein? Die GUL.